Hey, 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 it's-a-me, Mario, I am drunk. Und dessen Sieger ruhmreicher Herrscher der Welt wird. So has Samael bought your Loyalty, because if you want a Sailrider, perhaps we can strike a deer. You won't like my terms. How did he say that? Tiamat. Yeah! It was the first item in the League of Legends. Yeah, don't do it, don't do it, don't do it. Let's see, what our Watcher says? I think it's time you brought this high and mighty back down to Earth. Yeah! Ah! Ja, ich bin fast tot. Find ich echt toll. Und ich bin tot. Endlich hab ich wieder full life. Geht doch. Ich denke, die Katzen können jetzt überspringen. Horst. Oh. Ja, ja, sicher. Ja, Mann. Das zweite Mal, dass wir jetzt überhaupt gestorben sind. Also, im Kampf zumindest. Oh, naja, was wir machen, wenn dieses Vieh zu stark ist? Nein! Das wird nicht gut enden für dich, Horstmann. Ach, leck mich doch, ey. Wieso? Ey, scheiß Steuerung, ja? Ey! Pfui! Was soll denn der Kack jetzt? Wieso ist meine Steuerung so behindert? Ey! Ey, ich glaub es nicht! Nee! Es... Ey! Ganz im Ernst! Wieso ist die Steuerung so... Ja! Ja, nice. Ich habe schon mehr als Hälfte Leben da verloren. Das bevor ich das überhaupt irgendwie angekratzt habe. Übertreib! Ey, wieso ist die Steuerung so verbuggt? Ja, ich bin gleich tot. Ganz im Ernst. Ich verstehe es einfach nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie... Quit, nein. Ich will... Ey. Ne, ich fange jetzt den Kampf einfach nochmal neu an. Da habe ich gerade echt keinen Bock drauf, wenn ich fünfmal gehittet werde, nur weil meine Steuerung rumbuggt. Können wir echt drüber aufregen. Und jetzt bitte einmal richtig machen. Ja, super. Du bist toll. Du bist richtig. Die Klan-Tier-Naut. Die wissen, dass du scheiße bist. Das macht doch du scheiße. Gott, es mich nicht an der Mist. Blime! Ich versuche das Endwell für dich, Horsemann. Ich hab schon wieder einen halben Ball in der Erde in dieser Kacke Ey, wieso? Im Ernst? Ich versteh es nicht Es soll einfach nur einmal ausweichen, ja Genau so Nun soll er es machen, wenn ich es dann auch sage Ey, ich bin ausgewichen Auf die Ja Endlich einmal In deine Fakke Ja, mach noch mehr Damage Ich hab schon wieder einen Ballen leer Geht auch Naja, komm Schlampe Nur weil du dreimal Nur weil du 3000 Mal so groß bist wie ich brauchst du nichts drauf einsägen Was ist das? War Nein Ist das denn? Ja Ich bin Es ist es Ich bin Gott Ich bin Ey, wieso laggt denn das jetzt gerade so heftig? Alter, es laggt. Meine FPS sollen sich stabilisieren. Fraps, ey. Komm, hör auf, Fraps. Drei FPS, zwei FPS. Hallo. Ey. Ey, wieso? Leute, wieso will mich heute echt alles verarschen? Und schon wieder getroffen, weil meiner nicht ausgeriechen ist. Ja. 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 Das ist die Momentan-Tour. Hey! Ach Leute, das ist gar nichts. Jetzt darf ich schon wieder von vorne anfangen. Nee, Leute, nee. Ich mache einen neuen Part dafür. Es ist unglaublich, es ist unglaublich. Bis zum nächsten Mal. Nee. Ciao.